Vermandeln Sie Ihr ATV oder auch Ihr UTV in einen Gabelstabler, in ein hochwertiges, voll arbeitsfähiges Arbeitstier. Die Gabeln sind durch 49 mm starkes Vierkantmaterial sehr massiv gebaut und können leicht bis zu ca. 150 kg schwere Paletten liften. Leichte Montage ohne Werkzeug möglich, einfach und schnell, so wie alle anderen Anbauteile von Zwischeprodukte wie immer direkt von dem Protokoll Götz oder der autorisierten Fachhandel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017